Wir besuchen heute die Pandas in China, meine Freunde, wie ihr hier unschwer erkennen könnt. Die Chinesen hier sind nämlich einfach obsessed mit ihren Pandas und wir schauen jetzt mal, wie viele Pandas wir sehen, bevor wir überhaupt bei dem Resort ankommen. Und wir fangen an mit diesen Bussen. Diesen Panda-Bussen. Mit dem fahren wir als allererstes. Steigen wir mal in unseren Panda-Bus. Ah, das sind die nächsten Pandas. Hier ist der Panda-Bus. Ich setze mich hier hin. Junge, Alter, guck mal, wie viel Beinfreiheit hier ist. Alter. Was ist das für ein Bama-Bus hier? Ich will auch solche Busse. Ach, die nächsten Panda ist hier. Seht ihr das? Ich brauche auch solche Ohren, Alter. Jetzt übertreiben sie komplett. Als nächstes müssen wir mit der Metro fahren. Die Pandas sind auch in der Stadt einfach überall an den Wänden gemalt. Sicher? Hier sind noch mehr Pandas. Schaut euch das mal an. Ist ja schon gut gemacht, oder? Okay, gehen wir in die Metro. Das ist der letzte Stopp, bis wir angekommen sind. I reckon, wir sind angekommen. Hier gibt's Bambus. Und wie jeder weiß, ist Bambus das Lieblingsessen von den Pandas. Hier müssen die irgendwo sein. Muss ich die nur noch finden.